So Leute, weiter geht's. Free Count, Übernahme. Und da gehen wir gleich mal in die Garage und uns wieder unseren Peacemaker. Nie, was? Was hat der vor? So, zurückholen. Naja, immer schön Gas geben. Dass man ja nicht einschläft. Der könnte ruhig noch ein bisschen schneller fahren. Ah, das ist so ein Casino. Ja, war nicht recht. Achso, ich... Okay. Okay, so why are we here? Losing his mask is the ultimate shame a Luchador can feel. I can't steal it back. I need that one. Alright, how do we do that? We hurt a lot of people. Nett. Bek dich nett. Okay, so what's the plan here? We tear this place apart until someone who knows what my mask is shows. Wir nehmen den Ort auseinander, gut, mehr brauche ich nicht wissen. Jungs, please save us. Always win. Naja, warum ist nicht wissen? Macht auseinandernehmen. Das geht auch gut. Immer schön am Kopf. Nach allem ist kaputt hier. Da lag Geld. Einfach mal alles kaputt machen. Hier. So. Wir fragen den Manager. Okay. Ich finde die Geldkammer. Okay. So. Wo ist sie? Ist hier ne Etage drüber? Oder hier? Ich glaube hier ist sie. Wieso ist der offen? Hier ist es. Und es ist die reale Sache? Ich weiß jede Kurve, jede Farbe, jede Farbe auf diese Maske. Dann put das Ding auf und los geht's! Cool. 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 Okay. Stratouren zerstören. So wo sind die alle oben oder was? Ja immer schön auf dem Kopf. Sag mal wo sind die? Ach hier. Ah hier. Das wäre mal richtig gut die Statuen. Ja man immer schön auf dem Kopf. Passte es auch. Alter muss sind die alle. Das läuft hier so eine bekloppte Musik. Ah hier ist noch einer. Mensch... Da drüben noch? Nein 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 Das war doch gar nicht. wir stehen über den Haufen schießen das war jetzt dazu gut geplant hätte ich das alles in einem Zug hier gemacht spaß wo ist die Statue hier hier bischofahrt das Leben auf drei schiebt okay missed that was for you johnny die Batschel wird erinnern als die Batschel wird erinnern als Mensch, ich muss nachladen. Komm schon. Okay, endlich haben wir es geschafft. FreeCamp Übernahme. 16.000. Mehr Bargeld. Na dann.